Rache nehmen für Sich rächen für Der Chef des Syndikats nahm an einem Bandenmitglied für den Verrat Rache Einen Rad in den Wind schlagen Einen Rad ignorieren Das Unglück passierte, weil man alle guten Ratschläge in den Wind schlug Jemandem einen Rat Ratschläge erteilen Geben Jemandem etwas empfehlen Jemanden beraten Obwohl er selbst keine Ahnung hat, glaubt er allen Leuten Ratschläge erteilen zu müssen Recht haben Richtig meinen Richtig schlussfolgern Sie hatte Recht mit ihren Befürchtungen Die Ruhe verlieren Nervös oder ungeduldig werden Gerade unter Druck sollte man nicht die Ruhe verlieren Jemandem den Himmel versprechen Jemandem alles Mögliche und Unmögliche versprechen Vor der Hochzeit versprach er ihr den Himmel auf Erden, aber gehalten hat er nichts Im siebten Himmel schweben Sein Sehr glücklich Etwas verliebt sein Als sie ihm sagte, dass sie ihn liebte, war er im siebten Himmel Etwas im Hinterkopf behalten Sich etwas merken Etwas im Gedächtnis behalten Wir können leider im Moment nicht über dieses Thema diskutieren, aber wir sollten es im Hinterkopf behalten Jemandem die Hoffnung nehmen Jemanden deprimieren Jemanden ernüchtern Ich will dir ja die Hoffnung nicht nehmen, aber bei dieser Firma hast du nur sehr wenig Chancen auf eine Stelle Jemandem Hoffnung machen Jemandem Grund zu hoffen geben Jemanden aufmuntern Der langsame wirtschaftliche Aufschwung macht den Leuten Hoffnung Vor die Hunde gehen Umkommen Kaputt gehen Zerbrechen Er kümmert sich nicht um sein Geschäft Man muss sich nicht wundern, wenn alles vor die Hunde geht Den Hut ziehen vor jemandem Jemanden grüßen Respekt haben vor jemandem Vor so viel Courage muss man wirklich den Hut ziehen Sich eine Illusion hingeben Sich Illusionen machen Sie sollte endlich einsehen, dass die Ehe mit Martin gescheitert ist. Aber sie will sich ja weiterhin Illusionen hingeben Anstatt ständig darauf zu warten, dass etwas passiert, sollten sie lieber selbst endlich einmal die Initiative ergreifen In die Jahre kommen Älter werden Dein Wagen ist auch nicht mehr der Jüngste Naja, wir kommen ja alle in die Jahre Jemanden zur Kasse bieten Jemanden abkassieren Geld eintreiben Am Anfang sieht das Angebot recht günstig aus, aber am Ende wirst du ganz übel zur Kasse gebeten Ein Komplott schmieden Intrigieren Ich habe das Gefühl, dass er ein Komplott gegen mich schmiedet Jemanden in Kenntnis setzen Jemanden informieren Man hatte mich über den neuen Termin zu spät in Kenntnis gesetzt Den Löffel abgeben Sterben Wenn er weiterhin so ungesund lebt, wird er wohl bald seinen Löffel abgeben In die Luft fliegen Explodieren Wenn du bei diesem gefährlichen Experiment nicht sehr vorsichtig bist, dann fliegt hier alles in die Luft Etwas in die Luft jagen Etwas sprengen Etwas zerstören Auf ihrem Rückzug jagten die Soldaten alle Brücken in die Luft Etwas aus der Luft greifen Sich etwas ausdenken Fantasieren Deine Behauptungen sind völlig falsch, alles was du sagst, ist aus der Luft gegriffen Das Maul aufmachen Etwas aussprechen Sagen Warum hast du das gemacht, mach endlich dein Maul auf Jemanden ans Messer liefern Jemanden verraten Jemanden ausliefern Jemandem schaden Der Bankräuber wurde von einem ehemaligen Komplizen ans Messer geliefert Von einer Meinung abrücken Eine Meinung Angesicht aufgeben Nachdem er neue Informationen erhalten hatte, musste er wohl oder übel von seiner bisherigen Meinung abrücken Rache nehmen für Sich rächen für Der Chef des Syndikats nahm an einem Bandenmitglied für den Verrat Rache Einen Rad in den Wind schlagen Einen Rad ignorieren Das Unglück passierte, weil man alle guten Ratschläge in den Wind schlug Jemandem einen Rat Ratschläge erteilen Geben Jemandem etwas empfehlen Jemanden beraten Obwohl er selbst keine Ahnung hat, glaubt er allen Leuten Ratschläge erteilen zu müssen Recht haben Richtig meinen Richtig Schlussfolgern Sie hatte Recht mit ihren Befürchtungen Die Ruhe verlieren Nervös oder ungeduldig werden Gerade unter Druck sollte man nicht die Ruhe verlieren Jemandem den Himmel versprechen Jemandem alles Mögliche und Unmögliche versprechen Vor der Hochzeit versprach er ihr den Himmel auf Erden, aber gehalten hat er nichts Im siebten Himmel schweben Sein Sehr glücklich Etwas verliebt sein Als sie ihm sagte, dass sie ihn liebte, war er im siebten Himmel Etwas im Hinterkopf behalten Sich etwas merken Etwas im Gedächtnis behalten Wir können leider im Moment nicht über dieses Thema diskutieren, aber wir sollten es im Hinterkopf behalten Ich will dir ja die Hoffnung nicht nehmen, aber bei dieser Firma hast du nur sehr wenig Chancen auf eine Stelle Jemandem Hoffnung machen Jemandem Grund zu hoffen geben Jemanden aufmuntern Der langsame wirtschaftliche Aufschwung macht den Leuten Hoffnung Vor die Hunde gehen Umkommen Kaputt gehen Zerbrechen Er kümmert sich nicht um sein Geschäft Man muss sich nicht wundern, wenn alles vor die Hunde geht Den Hut ziehen vor jemandem Jemanden grüßen Respekt haben vor jemandem Vor so viel Courage muss man wirklich den Hut ziehen Sich einer Illusion hingeben Sich Illusionen machen Sie sollte endlich einsehen, dass die Ehe mit Martin gescheitert ist, aber sie will sich ja weiterhin Illusionen hingeben Die Initiative ergreifen Handeln Aktiv werden Anstatt ständig darauf zu warten, dass etwas passiert, sollten sie lieber selbst endlich einmal die Initiative ergreifen In die Jahre kommen Älter werden Dein Wagen ist auch nicht mehr der Jüngste Naja, wir kommen ja alle in die Jahre Jemanden zur Kasse bieten Jemanden abkassieren Geld eintreiben Am Anfang sieht das Angebot recht günstig aus, aber am Ende wirst du ganz übel zur Kasse gebeten Ein Komplott schmieden Intrigieren Ich habe das Gefühl, dass er ein Komplott gegen mich schmiedet Jemanden in Kenntnis setzen Jemanden informieren Man hatte mich über den neuen Termin zu spät in Kenntnis gesetzt Den Löffel abgeben Sterben Wenn er weiterhin so ungesund lebt, wird er wohl bald seinen Löffel abgeben In die Luft fliegen Explodieren Wenn du bei diesem gefährlichen Experiment nicht sehr vorsichtig bist, dann fliegt hier alles in die Luft Etwas in die Luft jagen Etwas sprengen Etwas zerstören Auf ihrem Rückzug jagten die Soldaten alle Brücken in die Luft Etwas aus der Luft greifen Sich etwas ausdenken Fantasieren Deine Behauptungen sind völlig falsch, alles was du sagst, ist aus der Luft gegriffen Das Maul aufmachen Etwas aussprechen Sagen Warum hast du das gemacht, mach endlich dein Maul auf Jemanden ans Messer liefern Jemanden verraten Jemanden ausliefern Jemandem schaden Der Bankräuber wurde von einem ehemaligen Komplizen ans Messer geliefert Von einer Meinung abrücken Eine Meinung Angesicht aufgeben Nachdem er neue Informationen erhalten hatte, musste er wohl oder übel von seiner bisherigen Meinung abrücken Des coming Jemanden An An Vielen Dank.